Einfach nach der Ausbildung, die kann man ruhig in den Großstädten machen, wieder in unseren Landkreis kommen. Hier hat man seine Freunde, hier hat man seine Familie. Die Vereine, die man schon aus jungen Jahren kennt, hat man einfach sein persönliches Netzwerk. Und man kennt die Gegend und es gibt nichts Schöneres wie im Landkreis Tierschenreuth zu leben. Weil es gibt ja auch attraktive Arbeitsplätze, da muss man nicht in München oder Regensburg wohnen, um ein gutes Leben zu haben.